Okay, wir gucken uns an vom Reaktions-Hugo. Das war aus Versehen. Let's go. Wo ist die Kamera? Da ist die Kamera. Oh, was? Moin, moin und rein da. Ah, fass! Das sieht doch gar kein Fall an. Doch, guck, dann hast du hier dieses Bein-Ding. Du musst das anziehen. Komm, Chat von Hugo, was sagt ihr? Okay, das ist unangenehm, Mann. Ja, zahre. Ich würde gottlos, Digga. Es geht in die Lara rein. Es geht in die Lara, guck mal, zwei Wochen. Also, in die Lara-Arc rein. Aber das ist halt schon ein bisschen frech. Das ist schon ein bisschen frech. Ah, die Karte. Oh, 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 oh. Ach, Digga, es ist so lächerlich, ne? Was uns... Dass die haben die Hauge gezählt. Am Ende der Nacht, Digga, hat dann der Mutter 20 K... Und ich gab die keine Hunde. Mindestens. Mindestens. Und zwar für einen ganz schmalen Tal, aber sie fand sich auch fit. Wenn Danny im Salzloch ist, Digga, dann kracht es auch noch mal ganz gewaltig. Dumme Sau. No! No! Stop! Digga! Manche, kein Fuchs mehr! Darf man Sie in der Kamera sehen? Wieviel? Einfach so im Stream? Ja, darf man Sie sehen? Ich habe hier einen netten Kollegen namens Hamid Loko. Wieso? Wieso konnte nicht jetzt NoAuge, aber warum konnte Rohat auf der Gamescom IRL-Stream machen? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oder ist das von Amar der IRL-Stream? Und? Oh mein Gott, sie ist einfach ins hin gegangen. Aber ist auch unangenehm, muss ich ehrlich sagen. Du kannst doch nicht Leute im Livestream ansprechen, ob man die sehen darf. Das ist schon ein bisschen unangenehm, sage ich ehrlich. Bro, es regnet. Aber das Gute ist, du bist selbstbewusst. Warum bezahlt so eine kaputte Kleidung, Mann? Das ist cool. Ich habe wegen diesem Lopper gelacht. Aber was soll das anders? Wallah, dein T-Shirt gestern sagt Geistesgang gut. Modegeschmäcker sind verschieden. Nicht jeder wird meinen Modegeschmack feiern. Ich habe mir ein Dior-Pullover Limited jetzt gerade gekauft für unendlich viel Geld. Das ist der erste Pullover, den ich mir gekauft habe, der so ganz kleine, nicht Löcher, aber so kleine, ja, weiß nicht. Aber das, Bruder, das Ding, würde ich persönlich nicht fühlen. Soll ich den Pullover einmal zeigen? Der ist Mashallah, sage ich ehrlich. Wer will den sehen? Der wiegt, der Pullover wiegt, glaube ich, zweieinhalb Kilo. Hier, das ist der Pullover von Dior. Und der hat so, so ganz kleine. Also ich mag den gerne, der sieht extremst nice aus. Den kann ich jetzt auch anlassen. Sowas hier. Seht ihr das? So kleine, ja, über den Preis rede ich nicht. So weiter geht's. Das sah wunderschön aus. Sag ein bisschen was über dich. Ja, Gina, freut mich. Das war's. Wie lange seid ihr schon befreundet? Trigger, machst du gerade Fotos von ihren Füßen? Boah, hat man das drauf gehabt? Wie alt bist du? Tristan. Gut. Weitermachen. Ein bisschen unangenehm, aber... ...passiert. Wie alt bist du? Tristan. Ah, ja, stimmt. Weißt du, also... Für mich kann man immer bestechen, das ist das Ding. Oh mein Gott. Ja, es tut mir leid. Oh mein Gott, das ist echt. Aber trotzdem sehr sympathisch. Hast du den richtigen Griff gemacht, Stig? Oh mein Gott. Hammer ab, geh weiter. Telefoniert ihr auch ab und zu einfach so? Ich glaube, ich würde dazu niemandem nichts sagen. Oh, okay, okay. Bruder, nur ganz kurz hier. Ich werde mir jetzt Feinde machen, Hate kassieren und ist okay. Stehe ich drüber. Aber so langsam ist gut mit der Thematik. Stigi und Dilara, es geht mir auf den Sack. War ein, zwei Tage, okay, gut. Aber Bruder nervt, langsam nervt es einfach. Drinnen scheint nicht die Sonne, ne? Der ist es halt so, ne? Nee, pass auf. Der ist sehr sympathisch. Ich habe den schon mal kennengelernt auf dem Basketball-Event. Ein ganz sympathisches Kärchen. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich ist das so ein kleiner... Und jeder kann es natürlich für sich so machen. Für mich ist das so ein kleiner L-Move in geschlossenen Räumen oder in Räumen, wo nicht die Sonne scheint, Sonnenbrille zu tragen. Das ist so für mich so zu viel, zu cool. Aber das ist trotzdem ein sehr cooler Typ. Und die Sonnenbrille steht ihm auch sehr gut. Sonnenbrille kann Privatsphäre sein. Okay, den Punkt gebe ich dir, ne? Sonnenbrille, wenn man zu high ist, okay, dann habe ich nichts gesagt. Es ist halt so, ne? Nee, pass auf. Ne, komm hier ruhig zwischen uns. Komm in die goldene Mitte. Also wir ständen ja... Er hätte mich so hängen lassen. Und er hätte mich noch weiter hängen lassen, er hätte das Publikum nicht so gemacht. Bro. In die goldene Mitte. Also wir ständen ja... Jetzt hat das Publikum nicht das Geräusch gemacht, er guckt, guckt mich und dann... Bro. Dankeschön. Dankeschön. Und dann müsst ihr immer eure... Es ist so f***ing unangenehm. Je öfters ich es mir angucke... Dankeschön. Dankeschön. Und dann müsst ihr immer... Das ist so f***ing unangenehm, Bro. Das cringet deine Urgroßmutter, sein Vater in den Arschk*** zu Mutter. Eure... Das hat auch nichts mit Hopsnehmen zu tun. Wenn du jemandem die Hand gibst, um Tschüss zu sagen, und dann zurückziehst, das hat nichts mit Ehre genommen zu tun oder... oder ähnliches. Das ist einfach... Ja, respektlos, richtig. Das ist einfach respektlos, ja? Das ist das Gegenteil von cool. Hi, Marc. Mein Mann sitzt leider zu Hause fest mit den zwei Kindern, aber ich bin jetzt nur für ihn hier, Max und ich... Bruder, warum müssen wir den Clip da nochmal reinmachen? Vielleicht mal grüßen, der ist gerade... Wie heißt der denn? Sevi. Sevi? Ja, genau. Der ist ein riesen Fan von Marc und dem Papier. Ja, Sevi, grüße. Das ist Fan von mir, sorry, Marcel. Sevi, hi, wie geht's? Ja, danke dir. Viel Spaß zu Hause noch, ne? Ja, Digga, was soll ich sagen? Ja, egal. Nächstes Jahr hoffentlich mit dir hier vor Ort. Ja, Bruder, das war's komplett, Alter. Das war wirklich unangenehm. Eine Frage, könnt ihr dir einmal mein Aufsätze bewerten mit Schulen? Wie bitte? Ob ihr mein Aufsätze bewerten könnt mit Schulen? Boah, ich sehe jetzt, der war ja richtig nervös, Digga, das tut mir leid. Von da oben habe ich das gar nicht so mitbekommen, der war ja wirklich sehr nervös, der Arme. Dein Outfit, ach, dein Outfit. Mit Schulen. Boah, da bin ich auch hart mit dem in die Bresche gegangen. Was sagst du? Scheiße, Digga, so weiter. Nächste Frage, Digga. Darf ich da in Lambo fahren? Mein Friseur, ihr müsst euch vorstellen, mein Friseur ist Araber. Und allgemein, Südländer tinken auch ein bisschen anders, aber gerade auch Araber, Bruder, gefährlich. Er sagt zu mir, letztens, mein Friseur sagt zu mir, Bro, was hast du mit diesem Jungen gemacht? Ich sag, wieso? Bruder, du hast was mit seiner Schwester gesagt? Ich sag, ja. Er sagt, hat er das mit sich machen lassen? Dann sag ich zu ihm, würdest du, wenn ich sowas zu dir sagen will mit Schwester? Und ich spreche das gar nicht richtig aus. Sein Blick sofort. Ich so, nein, ich meine, als Beispiel, Bro, ich meine, ne? Ich sag, Bruder, bei Deutschland ist ein bisschen was anderes noch als bei euch, ne? Also, er fand's lustig, so ist es nicht, aber, ja, weiter geht's. Also, da muss ich jetzt aber auch sagen, und da wird jetzt auch der Anruf gemacht. So, Hugo. Hey, was geht? Moin, man hört dich im Stream. Was ist? Man hört dich im Stream. Oh, von, hä, von, ach so, in deinem. Ja, ja, genau, richtig, ja. Erstmal, Moin, wie geht's dir? Alles gut bei dir. Supi. Alles soweit in Ordnung. Sag mal, die Kanäle Satterhugo und Reaktionshugo unterliegen doch deiner Hand, richtig? Ja. Wie kann das denn sein, dass hier ein Clip abgespielt wird, wo ich von einem Zuschauer die Mutter beleidige, äh, die Schwester beleidige, aber der Ursprung des Clips nicht drin ist, das muss man aber in Zukunft noch mal überprüfen, Digga. Ja, da muss ich mal schauen. Da musst du auch mal Chef sein, sag ich. Du warst jetzt auf Ernst so ein... Ja, nein, 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 die Hälfte des Clips fehlt auf jeden Fall, ja. Ah, okay. Aber ich wollte trotzdem einfach nur mal Hallo sagen. Ja, okay. Ich guck das alles auch nicht mehr alles, aber sollte ich vielleicht machen. Warte, man schaut zeitlich, das ist Kacke. Sagst du, sagst du, äh, vielbeschäftigter Mann, sagst du? Ja, klar. Du musst ja mit Dennis hier einen Tag zehn Stunden telefonieren. Darüber reden wir mal ein anderes Mal. Warte, kommt ein neues Video auf, äh, hungriger Hugo. Ja, ist auch relativ weit. Das ist jetzt auch noch mal so ein bisschen Gamescom, weil Gamescom war übel viel Content, war auch richtig geil, auch ein bisschen da von deinem, also Scanner-Tür-Ding, da war ich ja auch so auch sehr geil. Äh, auf jeden Fall so ein bisschen dazu. Ich glaub, das dauert schon noch ein paar Tage, aber ich bin grad intensiv dran, also jeden Tag bin ich grad übel viel dran, auch grad wieder. Das hört sich gut an, freu ich mich drauf, Digga. Ja, dann schön streamen auch, gell? Lass dir gut gehen, grüße an deine Dame, ciao, ciao, Diggi. Ja, ciao. Ciao. Hugo, so ein guter Typ, sag ich ehrlich, Chat. Hugo ist so ein netter Mann, so ein herzliches guter Mensch. Nein, ich hab natürlich nur Spaß gemacht, aber in diesem Clip, in diesem Clip fehlt wirklich, er fragt, darf ich dein Lambo fahren und ich würde ihm niemals auf diese Frage die Antwort geben, kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist, aber er hat vorher, nur als Kontext zu dem Clip, er hat vorher gesagt, dass ich seine Schwester grüßen soll. Dann hab ich seine Schwester gegrüßt und dann hat er noch eine Frage und gefragt, ob er mein Lambo fahren darf und dann hab ich gesagt, kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist. Ob du mein Lambo fahren darfst, kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist. Achtet auf seinen Mundwinkel, Digga. Achtet, ihr wirst ins Slow-Mo seinen Mundwinkel begutachten, Digga. Ob du mein Lambo fahren darfst, kommt drauf an, wie alt deine Schwester ist. Ah, hat man nicht richtig gesehen. Baujahr 98. Wie bitte? Baujahr 98. Baujahr 98. Ah. Wir reden später. Ja, aber war ja nur Spaß, Digga. Inklusive besonders für die Damen, die hier gerade saßen. Digga, ist egal. Digga, er hat sich so, er hat sich so mit Milch bekleckert mit, äh, mit Digga, ist nicht normal. Das hat man leider nicht im Stream gesehen. Guckt ihr es an. Digga. Er wollte nur ziemlich den Durst löschen, Digga. Mit Eiran, ja. Er wollte nur seinen Durst löschen, Digga, und hat einfach seine Beine auch Durst gelöscht. Digga, du hast deine ganze Hose alles nass. Gut. Zum Wohl. Keine Götte Haar, ja? Ah, sehr gut. Wo ist er auch nochmal rein? Kleiner Klassiker. Keine Götte Haar, ja? Ah, ja. Er ist ein sehr bekannter. Guckst du Kampfsport? Ich habe lange Zeit geglaubt, dass die WWF gar nicht inszeniert ist, sondern dass man da vielleicht eigentlich drauf wetten könnte. Man kennt ihn. Denn was ist Twitch Prime? Äh, Twitch Prime und dein Sub ist dein. Ciao. Bist du witzig? Okay. Voll süß. Das war aber seine Mission, Digga. Digga, er sucht ungedreht. Guck mal ganz genau hin. Check. Ciao. Einmal gelaufen. Zurückgelaufen. Voll süß. Wiedergelaufen. Wohin mit ihm? Wo wollte er hin, Digga? Qualmt. Ich weiß es nicht. Ein Kamintchen. Was? Was hüpft über die Wiese und qualmt? Ich weiß es nicht. Ein Kamintchen. Oh, Bro. Okay, ich mache jetzt eine Ansage. Ich klippe das genauso raus. Ihr dummen Schweine da draußen, wenn dieser Mann nicht in der ersten Bundesliga, in der Premier League, könnte auch in der zweiten Liga spielen, ist okay, da wird er auch gut bezahlt. Oder irgendwo, Eindhoven, egal wo, eine Top-Top-Mannschaft hier in Europa, wenn er dort nicht spielen würde, als Rechtsverteidiger, der mäht euch nämlich den Rasen, bevor es überhaupt der Platzwart tut, der macht da alles sauber, ja? Da kommt keiner vorbei. Sei es ein Lionel Messi, klar, Saudi-Arabien. Wer ist ein Cristiano Ronaldo? Klar, ah ne, Messi ist... Oh, alles gut. Nicht klippen, auch nicht hoch. Ey, alles gut. Einfach drauf scheißen. Ey, einfach drauf scheißen. Ich würde dich einen wundervollen... Weiß ich nicht, ich habe gerade den Stream aufgemacht und es ging wieder um die Lara. Oh mein Gott! Ja, ja, war Zufall, ne? War Zufall. Es war halt Zufall. Eine gute Frage, du meintest da gerade, das machst du immer an, wenn wir duschen gehen. Was war da gemeint, mit wir? Ne, das machen wir an, wenn ich duschen gehe oder so. Mein Handy und ich? Oder? Ja, ja, ne, klar, ja, safe, safe. Was bewegt euch? Also nicht, dass das was für ein Verkehrtes wäre, aber hattet ihr vorher andere Partnerschaften schon mit Männern und habt euch da, also ist das die erste Beziehung, wo ihr Frau-Frau oder, also wart ihr schon immer, äh, äh... Klaas! Digga, es war mir ein bisschen unangenehm, zwei Lesben zu fragen, ob die schon mal gef***t haben mit Mann. Ich wusste nicht, wie ich es genau vernünftig formulieren soll. Ich wollte nicht was sagen, was dann bei Twitter landet. Wisst ihr, wie ich meine? Da habe ich mich ein bisschen schwer getan. Hey, students in the class, this was the PowerPoint-Presentation. Shut the f*** up! He or she would be very happy and thanks for your... He, she, he, das Esbus mit. Attention, I'm out! Thank you! Oh, das war die kleine Schöne. Gutes Video. Schmeckt so. Gutes Video. Gutes Video. Gutes Video. Gutes Video. Gutes Video. Gutes Video. Untertitelung des ZDF, 2020